Wie intelligent sind Keas? Im Heidelhof bei Wien wollen Forscher das herausfinden. Kermit liebt neue Aufgaben. Die erste Hürde überwindet er sofort. Das Futter hängt unten, doch um das Problem zu lösen, muss er hoch hinauf. Gut kombiniert. So geht es besser. Und weg mit den Stangen. Gleich mehrere Hindernisse liegen hier auf dem Weg zum Ziel. Immer wieder kommt Kermit nur über einen Umweg weiter. Die meisten Tiere müssen bei so etwas passen. Doch aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Mit seinem Schnabel hat er schließlich so etwas wie eine dritte Hand. Eine Meisterleistung. Gibt es überhaupt Aufgaben, die Keas nicht lösen können? Vermutlich gibt es die. Aber wir haben ihre Grenzen noch nicht erreicht. Die größte Schwierigkeit besteht darin, Aufgaben zu entwickeln, mit denen wir ihre komplexen Fähigkeiten testen können. Und die trotzdem selbsterklärend sind. Dass sie also ohne Hilfestellung von uns verstehen, was zu tun ist. Und wir können sie lösen, ohne irgendwelche Kommunikation von uns.